mein sehr verehrtes publikum wir befinden uns im watchpoint gibraltar ich werde heilen und ich werde dieses video auf jeden fall hochladen weil es sind diverse dinge passiert wir haben viele spiele verloren und es wurde dann immer schlimmer und dann hatten wir ein spiel ein schönes spiel und ich habe vergessen auf aufnahme zu drücken und weil wir jetzt einfach ein spiel brauchen wird es dieses sein egal wie es ausgeht ob wir gewinnen ob wir verlieren ob auf den sack kriegen oder bis total geil hier reißen ja wir das sind er anuri als torbier ok teilt den als soldier ja der der großartige soldier teilt hin ja und meine eine halt der wuchs diesmal als lucio und ich gucke auch in youtube immer so ein bisschen die statistiken nach und ich sehe ja dass ihr irgendwie also wenn ein held gegoogelt wird oder in youtube gesucht wird dann ist es lucio und es kommt wahnsinnig viele suchanfragen mit wie spielt man lucio war riding und so weiter bei mir an also es besteht ein großes interesse an lucio und vielleicht wird das ja auch ein tolles spiel vielleicht wer weiß das schon das sieht alles schon wieder sehr seltsam aus weil wir alle total verteilt sind man normalerweise hier steht wo ich bin aber gut wir werden sehen hier wird jemand lang kommt ich habe es im urin eine farante wieder eine farante oh nein oh nein Ich glaube, das lag aber auch dran, dass wir nicht alle am Chokepoint gestanden haben. Sonst hätten die da gar nicht so richtig rauslaufen können, meiner Meinung nach. Ja, wir kriegen hier ganz schön viel auf die Ohren, aber wir nehmen das mit Humor. Ihr hört uns alle total lachen. Wir geben uns Mühe. Ja, wir geben uns Mühe, nicht dem Wahnsinn zu verfallen und irgendwie diese Mail da hinten zu erwischen und irgendwie noch ein bisschen Schaden zu machen. So. Da oben ist schon wieder eine Widow. Oh, das haben wir, glaube ich, gut überstanden, weil wir die Mail vertrieben haben. Da oben ist schon, guckt schon wieder eine Widow aus der... aus ihrem Versteck. Hallo. Hoi, Zange. Hype, Hype, Hype. Hype, Hype. Yeah. So. Heile, heile, heile. So, jetzt wird hier jemand rauskommen. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Ein Soldier. Achtung, Soldier. Vom Keller. Vom Keller. Danke. Yeah. Die Farante erwischt. Regner gesichtet. Der Richter kommt dieses Jahr wieder. Alle Regler auf Anschlag. Nein, jemand macht Schlag. Oh. Oh. Oh, das ist nicht mehr hin. Da sind sie. Ich habe gar nicht so viel Bedarf an Heilung, aber wir haben halt auch eine Mercy. Das ist ja... Das ist ja auch. Das haben wir sie gerade noch. Ja, die haben wir. Ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt. Ja, sie hat mich gerade geheilt. So. Ich habe Ulti. Ich habe auch Ulti, also wenn sie rankommen, gibt es Ulti. Ja, ich hätte gerade mal ein bisschen heilen sollen, dann wäre ich auch nicht gestorben. Aber die Widow hat mich dann noch rausgeholt. Yeah. Ja. Shit, und ich habe die Widow nicht gesehen. Okay, dann sterbe nicht. Jetzt wird's massiv. Ja. Und von der Torbjörn ist hier. Morgen, ihr bleibt es nicht. Nein, schade, du. Willst ihr die Liebe? Ich hab... Spielst du ja nicht so häufig. Jetzt wird's massiv. Ich habe ihn heute tatsächlich zum ersten Mal ausprobiert und er macht mir wirklich Spaß. Also gerade auf Verteidigungs-Maps ist der richtig cool. Ist der dafür auch geeignet, äh, gedacht auf Verteidigungs-Maps. Ja, also es ist wirklich, es hat echt Spaß gemacht, ihn zu spielen. Ja, und ich habe nichts gemacht. Ich habe nur zugeschaut. Aber... Hast du ja trotzdem ein schönes Spiel. Genau. Und es war der Aufnahme dienlich. Im... Im Zweck der Aufnahme. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer würde ich mich natürlich über Likes und Kommentare dazu freuen. Ähm, ihr könnt auch einfach mal drüber nachdenken, mir ein Abo zu geben. Das hilft mir weiter. Und, äh, ihr werdet natürlich auch informiert, sobald es ein neues Video von mir gibt. Bis zum nächsten Mal. AT müieht 2 1 1 1 3 1 1 0